Hey Leute und willkommen zu einem Oster-Opening mit Black Soul, Diana, hallo! Halli, hallo! Diana hat mir ein wunderschönes schwarzes Tütchen zu Ostern geschenkt. Ööö, ignoriert die süßen Dinge auf der Tüte. Und das Schleifchen oben, was keiner sieht. Das Schleifchen sieht man zumindest, sieht aus wie eine Strumpfband. Aber wenn man... Ich hab von ihr schon was bekommen vorher, und zwar ein Digimon-Booster. Da hab ich jetzt leider nicht mehr gefunden, um den Inhalt, um es euch zu zeigen. Ich hab's schon aufgemacht vorher. Und ein Tütchen hab ich bekommen, das da drin ist aber. Weil ich werd jetzt mal oben das süße Schleifchen öffnen versuchen. Wir dachten uns so, hey, wir haben uns jetzt gegenseitig ein... Oh Gott. Wir haben uns gegenseitig ein Tütchen geschenkt. Also so eine Tragetasche aus Papier. Wie nennt man das denn da? Das ist ein Namen. Keine Ahnung. Eine Tragetasche aus Papier. Okay. Da ist übrigens das Strumpfband. Weiß nicht, das ist Strumpfband. Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns gegenseitig eine Tütche geschenkt. Dachten kaum, wir machen ein Video. Also bei ihr auf dem Kanal, wenn sie will, geht's auch ein Video. Hier mit der Tüte von mir. Und ich würde sagen, wir greifen mal rein. Ja. Findest du das eine gute Idee? Wird mich was beißen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß ich nicht deine Schulter. Wahrscheinlich. Ich hab so eine große Tüte. Hau, ich hab so eine große Tüte einfach raus. Hey, hey. Hm? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich bin gespannt. Okay. Okay, okay, okay. Fängt an. Es ist... Oh, oh, es ist was zu essen. Es ist was zu essen. Sie hat mich an den Eiern. Natürlich Ostern, Schokolade, ne? Wir haben hier ein... Oh Gott. Kit Kat. Ist das grüner Tee oder irgendwie so vielleicht? Was grün ist da? Wer weiß. Ich kann's nicht lesen. Wer weiß. Have a break, have a Kit Kat. Das steht auf Englisch drauf. Toll. Auf jeden Fall. Japan werde ich nachher sehr genießen. Deiner. Dankeschön. Und noch eins. Ich bin echt gespannt, was es sein wird. Falls dir jemand kennt oder uns mal setzen kann, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder fragt mich danach, was es sein soll. Und noch ein Keksi. Ist das auch ein Kit Kat? Ja, es ist auch ein Kit Kat. Oh Gott, das sieht ja so richtig oldschool mäßig aus, ne? Keine Ahnung, aber ich fand's voll schön. Ich hab keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Es war passend. Süßigkeiten zu Ostern ist sowieso passend. Bin ich gespannt. Oh, ich seh einen Bullenstein. Diana, du mit deinen Bullenstein, jemand. Dankeschön. Bitte, bitte. Drück dir fest die Daumen, dass du einen ganz tollen Pull hast. Das Problem ist, wenn man Diana was schenkt oder umgekehrt, die Dame übertreibt immer so. Nein. Natürlich geht's nie um den Preis bei uns beiden, sondern um das, was man sich gedacht hat. So an, was soll ich sagen, ich sollte es nicht nennen, dass man sich was dabei gedacht hat. Eins nach vorne war, ne? Ja, glaub schon. Ich hab schon so lange keinen japanischen Pusten aufgemacht. Okay, Baby. Uh, schöner kleiner Pumptin. Ich mag den ja wirklich gerne. Ein wahrer Blu, auf Deutsch. Ein Pummelung. Guckt, wie es guckt in eure Seele. Ein wahrer Ballon. Und natürlich, Leute, ich wünsche euch euch auch frohe Ostern. Hoffentlich habt ihr was Lustiges bekommen. Dann haben wir noch ein Mautzinger und ein Eisküppi. Ich find's lustig, wie der eine den anderen unter Wasser drückt, ne? Ja. Oder es geht um die Wiedergeburt an Ostern. Wer weiß. Also ich hätte gesagt, dass er ihn einfach ausnutzt, weil er dann nicht selbst arbeiten muss. Denk dann Nusschen aus. Das ist fies. Die haben ein wunderschönes Fuegra. Fuegra. Hoopa und Absol. Bin gespannt, bin gespannt, bin gespannt. Ah, Japan Boostern. Ihr wisst ja hoffentlich alle Bescheid. Die haben keine garantierte Rare oder irgendwas drin, ne? Alles random, Leute. Leider, ja. Oh, wie schön. Ah, die ist knuffig. Wo ist ihr Wati? Und ihr Ampharos? Ah, aber auch so sehr, sehr süß. Das Bronzl. Was genau ist, ihr mit der Spiegel? Oh, das ist ein Zeichen. Uh, Pupita. Ah, ich liebe ihn. Schönes Artwork. Das ist total, ist das so geil, ne? Dann noch ein, uh, Gröpburg. Yeah. Und dann haben wir ein, uh, Fuegro. Du hast mit sich nicht was. Passend zum Fusterartwork. Yeah. Oh, das ist echt ein wunderschönes Fuegro. Und noch so Oldschool bei TX, wie ihr wisst, gibt es ja schon ewig nicht mehr. Oh, ich wollte, dass du tatsächlich einen Pull hattest. Yeah. Und dann noch ein Starter. Uh, Fuegra. Ich finde es ein tolles Artwork. Sehr, sehr schön. Das sieht so ein bisschen winterlich aus, aber trotzdem voll schön. Und ich habe Sonne und Mond, wie ihr seht. Ah, schön. Geil. Wir haben einen Pull. Wir haben einen Pull. Weiß nicht. Und jetzt haben wir noch Zoroa. Ne, Zoraora. Zoroak, Zoraora, Zoraora. Zoraora. Wie kann man zwei Pokémon so ähnlich nennen? Das schafft der Rabbit nicht. Das schafft der Rabbit nicht. Kommt er immer durcheinander. Okay, ein nach vorne. Ich befreue mich schon sehr an meinen, ähm, Fuegra. Oh, ich sehe was leuchtet. Ich glaube, von dem Rare, ein bisschen gespoilert worden. Hyperball erst mal. Wunderschön. Ah, wieder ein Starter. Nehmen wir auch gerne mit. Was zu Trinkie. Können wir nicht schauen, oder? Mhm. Mechel, glaube ich, heißt das. Es ist ein Pokémon. Wenn das jetzt verschwinden würde. Mir würde es nicht auffallen. Und, uh, Zappel Riki. Na, ist doch super. Eine Rare und eine G-Ex. Aus drei Boostern. Sehr geiles Händchen, Diana. Ja, also, bin begeistert. Sehr schön. Bin echt begeistert. Auf jeden Fall. Vor allem eine KitKat. Ist da noch was drin? Muss ich nochmal reingreifen? Ja. Oh Gott, ich muss nochmal reingreifen. Ich habe Angst, dass ich Karten umwerbe. Äh, was soll ich hier? Ah, genau, genau. Das hatte ich schon vor Ostern bekommen. Und zwar ein Gohan-Tütchen. Mega nice. Leute, ihr wisst alle, wie sehr Diana Karten Tüten liebt, ne? Wunderschöne Ezra Gohan. Soll ich auch eine Tüte? Die werden wir natürlich niemals öffnen. Sonst kann ich mich gleich selbst da hängen. Äh, es ging mir darum, dass du halt auch ein schönes Tütchen hast mit Gohan. Vor allem mit deinem Mystic-Gohan. Ja, Leute. Und auch mit dieser wunderschönen Gold-Aura. Ja, also mir hat es total gut gefallen. Und, äh, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hatte... Hatte noch eine Sache, glaube ich, ne? Was ist das denn? Ja, das muss ich dir, glaube ich, erklären. Was ist das denn? Moment, Moment. Ich glaube, du musst es zeigen. Irgendwie Lederbeutel-mäßig sieht es aus. Ich glaube, ich habe einen Lederbeutel. Ja, zu Ostern braucht man natürlich auch einen Beutelchen. Okay, ich hole ihn mal vorsichtig raus. That's what he said. Ein Osterbeutelchen. Ja, weil du hast immer gesagt zu meinem Mittelalterbeutelchen, dass sie dir so gut gefallen und dass du sie eigentlich super auch beim Münden und sowas findest. Fühlt sich gut an. Dann habe ich gedacht, naja, gut, dann kriegst du jetzt zu Ostern auch ein Lederbeutelchen. Dann kannst du dir jetzt überlegen, ob du Münzen reintust oder nicht. Aber so ein kleiner Insider, weil er meine Mittelalterbeutelchen mochte. Richtig, richtig, richtig. Ich glaube, da werde ich meine Pokermünzen, die ich dir nicht abgetreten habe, reintun. Ah, auch noch eine gute Idee. Weil eigentlich schenke ich gefühlt alle meine Pokermünzen immer Diana. Und vielleicht wäre jetzt da drin mal den Nutzen für meine Pokermünzen. Dankeschön, Diana. Wir hatten Puls. Wir hatten Tütchen. Wir hatten was zu knabbern. Ich bin happy. Und ein Insiderbeutelchen. Und ein Insiderbeutelchen. Sehr schön. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Ich bin auch echt gespannt, wie du dein Tütchen finden wirst von Ostern. Und Leute, schreibt gerne mal auch in meine Kommentare, was habt ihr zu Ostern bekommen? Habt ihr auch so einen wunderschönen Sack bekommen? Ein Säckchen. Fühlt sich ein bisschen wie Weihnachten. Der hat der Sack am Rücken von Weihnachten. Leute, ja, haut es in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Diana vorbei, bei ihrer Tüte, wenn sie es auch hochlädt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder, Leute. Egal, ob es ein Opening wird, ein Battle, was auch immer. Immer schön. Däumchen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Haut da rein. Viel Spaß. Tschüssi und frohe Ostern. Mhm. Tschüssi und frohe Ostern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020